Du-du-du-u Du 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 Digger, warum bist du noch nicht in-game? Spiel wird geladen Wir gehen..trupp..trupp Cesar Cesar? Da bin ich doch direkt drin, da ja sag ich Ne, du bist Dabit Nein Ja! Man sieht es Achso! Du willst jetzt Cesar gehen Ich seh mich mit nem Schwert tatsächlich Eigentlich der beste Punkt Um hier wiederzukommen Bist du hier auch wiedergekommen? Ja, du bist ja auch. Hier, wir machen das, Jungs. Wir machen das. Ich glaub dann uns. Erstmal nehmen wir die Scheiße ein und dann... Dann kicken wir weiter. Wenn keiner hier an das Schütz geht, dann mach ich das. Wehe geht's mal, die Situation. Ich hab das Gefühl, wir sind hier gleich alle am Arsch. Wieso werde ich hier vergaßt in der Bude? Weiß es nicht. Also bei uns geht's eigentlich ganz biswo. Hä? Also ich bin ja nicht gläubisch, ne? Aber ich glaube, wir drei sind am Arsch. Sind sie schon reingekommen? Bin da. Wer noch? Ja, jetzt. Wieso hast du das denn... Wo haben die denn die Gaskanade reingeworfen? Hab keine Ahnung. Was? Woher kommst du denn? Ach, der ist hier innen drin gespawnt. Innen drin ist er gespawnt und du bist gleich tot. Wie ist er denn da rein? Wir haben eingenommen, ist dann in dem Bunker hier gespawnt. So viel Lack musst du erstmal haben. Ja, Mann. Vor allen Dingen, ich hab in so eine Dreier-Crew, sag ich mal, eine schöne Brandkanade reingeschmissen. Denkst du, ich hab einen Schaden gemacht? Einen Schaden? Nö. Nicht mehr vielleicht. Und da muss ich auch sagen, bin ich mal wieder raus. Mit Klaus. Irgendwie ist das scheiße. Ich hasse das. Ja, so wie wir... Wie gerade die Position sind. Du kannst dich nirgends so richtig geil positionieren. Ey, da steht der Panzer oben und... Hast du versucht, bei der Hitze zu überleben? Ich glaube, das hat heute jeder versucht. Wir haben Einsatzziel Gustav eroberst. Oh, du Scheiße. Warum denn ein Flugzeug? Ich hasse Flugzeug. Ah, es war gar kein Flugzeug. Okay, alles gut. Dann beleid ich den. Keine Ahnung. Also hier unten im Erdgeschoss ist gerade tatsächlich die ganze... Sag mal, in Anführungsstrichen, angenehm. Es sind nur 23 Grad. Okay, das ist nice. Ja. Im Schlafzimmer, ja. Boah. Hab ich erstmal Fenster aufgerissen, weil draußen ist es doch kälter als drin. Nachts ist es kälter auch als draußen, hab ich mal gehört. Ja, also bei mir sind entspannt 26 Grad, hohe Luftfeuchtigkeit von 59 Prozent und ja, es ist gar nicht angenehm, muss ich sagen. Ja. Also ich glaube, ich habe auch die Wohnung, die willst du bei denen, den Temperaturen nicht haben. Ja. Ich habe mit einer Granate einen Feind zu 125 getroffen und der ist nicht tot, Alter. Wie kann das denn sein? Äh, das weiß ich auch nicht, tatsächlich. Was ist das mit der WLAN-Clan jetzt schon auf dem Weg? Ich weiß jetzt schon, dass mit der Panzer da auch richtig auf den Sack geht, Alter. Moin. Digger, was ist denn los mit dieser Scheiß-Map? Ich habe bisher null Kills und bin viermal gestorben. Von irgendwelchen Leuten, die wirklich nichts anderes zu tun haben, außer Leuten bei Battlefield 1 auf den Sack zu gehen, die in eine Runde entspannt mal eine Runde da drinnen wollen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Snipen halt alle hart von D runter, ne? Man kann hier nicht snipen. Gar nicht. Also D snipen runter, ja, ja. Ja. Nö, ich werde hier wieder vom Panzer weggemacht, Alter. Das kannst du keinem erzählen, warum spielt man ein Panzer? Warum ist das mal Kacke? Weiß nicht. So, jetzt, jetzt Sturmsoldat, Alter. Gar kein Bock. Panzerbuchse. Gar kein Bock jetzt hier. Bam. Mann, ich will aber irgendwo wiederkommen, wo man nicht am Arsch der Heide ist. Komm, bei mir, ey. Nicht so schlecht. Noch weh zu D. Ich will nochmal rennen, Kieken. Wo ist denn jetzt der Panzer? Ja, Flugzeug wird wieder scheiße runter. Jo, ich bin tot. Ich habe noch ein Leben. Ich habe noch gar nichts gemacht, seitdem ich hier wieder gespawnt bin. Noch gar nichts gemacht. Gar nichts. Was ist das denn jetzt hier gerade? Könnte gleich eine andere Runde kommen. Ist das bei dir auch so scheiße? Ne, bei dir geht es sogar. Ja. Ich habe nur eine 6er KD und du weißt, dass ich das auch nicht selten habe. Nicht, also eigentlich, es fühlt sich an, als würde irgendwas merkwürdig laufen, aber es ist doch nichts mehr. Die Runde ist doch so ruhig irgendwie. Also bei mir ist die Runde so, dass ich mich irgendwo hinter einem Ding verstecke, vor mir die Gegner sind. Und wenn einer hinter dem ich wegmacht. Die haben sich da oben halt hart vercampt auf D und C auf der Brückenscheiße und sowas. Und man kommt da halt auch nicht hin. Ich war bisher immer von F und zu uns, also quasi in unserem Camp weggemacht. Also ich komme mit Panzern da. Ja. Ah, man kommt da nicht ran, Alter, an die Leute. Man kommt da nicht wieder hin. Zieh doch jetzt. Wie macht man denn mit der Panzerbüchse? Wie kann man denn damit schießen? Muss ich hinlegen. Na ja, ich lag doch. Ah, jetzt macht er das, oder was? Moin. Alter, wenn diese Panzer auf einzelne Leute losgehen, habe ich immer keinen DERV mehr. Will man da hinlaufen, aber der macht einen über die halbe Map wieder weg, der Panzer. Weil er sich sagt, ich spiele mal Sniper mit dem Panzergewehr. Weil das schön easy ist. Alter, verpisst euch. Boah, das ist die falsche Waffe, aber ne Koi. Einsatzziel Albert erobert. Oh, Mann, jetzt. Unser Dreadnought ist unterwegs. Ich habe eine 7-0er-KD jetzt. 8-0er. Ich komme wieder. Gucke mir ganz kurz den Vogel an, der durch den Himmel fliegt und bedeckt. Wir haben Einsatzziel Gustavus. Verloren. Boah, Alter, kommt. Ich habe keinen Bock mehr, Alter. Ich komme wieder und quasi auf den Punkt, wo ich spawn bin. Ich bin noch nicht da. Wer ist schon drauf gefeuert? Ich dachte, wie es ist, ne? Ich lade die Runde einfach so ungeschnitten hoch. Ich sage, das ist meine schlechteste behinderte Runde. Ganz Battlefield gewesen. Waffen deaktiviert. Jetzt kommen, Alter, Panzer. Komm, komm. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Fahrzeug ausgeschaltet. Komm schon. Komm schon. Ja, Panzer weggemacht. Oh, die sind scheiß Hurensohn, der da drinne ist, Alter. Ach, die Nachricht wird mich schon erreichen. Dachte ich mir schon, dass ihr beiden euch gut kennt, ey. Was bist du denn? Ich glaube, wir können uns mal gehen anscheinend. Wäre ein Erfolgserlebnis. Ich stoße dazu. Ja, Mann. Man will sich kurz hinlegen und wird direkt weggemacht. Wait a minute. Und wird direkt weggemacht. Direkt. Aber es ist ja die Polen-BG. Das ist das. Und dann kriege ich die Punkte wieder nicht. Nein, nur Hilfe. Du bist auf. Sonst wird Handy nass. Auf einmal kommen sie von hinten, Alter. Warum sporkt man denn in den Gegnern, sag mal. Hat sowas passiert. Ja, aber viermal in einer Runde? Weiß ich nicht. Also manchmal ist es ganz klar. Ja, manchmal ist es klar. Ja, aber es ist wenig. Also es ist nicht so viel wie... Was ist das? Ich gerade so denke mir, Easy Snack hat es mal auf einen rauf lagen, ne? Habe ihn gut getroffen. Wunder mich, warum er nicht drauf geht. Ist es dieses Flammschützen-Kit? Ja. What is going on here? Ich hoffe auch, die nächste Runde wird besser, ne? Ach, komm, die erste Runde. Ich wollte mich heute abreagieren bei dem Spiel und nicht noch sauer werden. Weißt du, wie ich meine? Ich sehe halt nichts. Boah. Boah. 99 Karten wird Mörder gemacht. Ja. Ach, Unsinn, weg ist er. Du legst dich mit einem Typen an, willst ganz kurz vorlaufen, ne? So, sich irgendwo hinterher verstecken. Denkst du, oh, gerade noch so geschafft mit irgendwie zehn Leben. Auf einmal drei oder vier Gasgranaten hinterhergeballert habe ich dann. Okay, ich glaube, ich habe die ganze Map auf mich gezogen. Das wird schon, hoffe ich. Jetzt geht dein Nebel immerhin immer ein bisschen weg. Ja, und die... 14, Alter, das kannst du ja direkt... Die Runde muss gelöscht werden. Ich glaube, die Battlefield-Runde kommt echt hochgeladen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.